Wir verhaften gerne an dem, was wir gewohnt sind. Alles Neue durchläuft drei Stadien. Man wird lächerlich gemacht, bekämpft, kopiert. Jesus wurde lächerlich gemacht, gekreuzigt, millionenfach als Christenheit kopiert. Galilei Kopernikus, die das geozentrische Weltbild der Kirche infrage stellten, lächerlich gemacht, Giftbecher gereicht, kopiert. Sokrates traf dasselbe Schicksal. Ein Gandhi, gewaltfrei, wir freuen uns von den Engländern, Auge um Auge gibt nur Blinde, lächerlich gemacht, erschossen, kopiert. Ein großes Beispiel für mich ist Tohajadal. Borders, I have never seen any, but I know they exist in the minds of some people. Grenzen, ich habe nie welche gesehen, aber ich weiß, dass es sie gibt, in den Köpfen der Menschen.